Liebe Phoenix Hagen Supporter, seit fast sechs Jahren sind wir jetzt stolzer Partner von Phoenix Hagen im Bereich Teamsport Textil. Als größter stationärer Basketballhändler hier im Ruhrgebiet ist uns das eine ganz besonders wichtige Verbindung. Uns gibt es hier seit Mai 2011 und seit Mai 2011 werden hier auch Sportler von Sportlern beraten. Insbesondere euch Basketballverrückten sehen wir bei uns im Store besonders gerne. In Bezug auf Schuhe, Bälle, NBA-Klamotten, Trainingstextilien haben wir alles im Sortiment. Natürlich auch die altersbeliebte Laufvorbereitung inklusive Laufschuhe ist dabei. Aktuell schwierige Situation für uns. Unser ganzes Team leidet natürlich in doppelter Hinsicht, sowohl sportlich als auch beruflich unter dem Lockdown. Umso mehr freuen wir uns, dass es hoffentlich bald wieder weitergeht und wir euch auch wieder hier bei uns im Store begrüßen dürfen. Solange, haltet euch fit, bleibt gesund und wir wünschen natürlich Phoenix Hagen eine sportlich erfolgreiche Saison. Hoffen, dass es bald alles wieder normal weitergeht. Bis dahin, passt auf euch auf!